Hallo liebe Garteln und Werkeln-Fans, wir werden heute die erste Kartoffelernte einfahren und schauen wie üppig sie ausfällt. Das ist unsere Beute vom ersten Meter. Wohlgemerkt, wir haben keine Saatgutkartoffeln gekauft, sondern die, die im Winter ausgetrieben haben, einfach im Früh in die Erde gepflanzt. Normalerweise kauft man sich Saatgut im Handel und setzt diese ein. Aber wir waren heuer zu faul dafür und irgendwie wollten wir unsere ausgetriebenen Kartoffeln, die uns sehr gut schmeckten, nicht einfach auf den Kompost haben. Und das ist das Ergebnis. Eine geile Ernte. Das funktioniert aber nur, weil wir ordentlich gedüngt haben. Und zwar mit Brennnesseljauche und mit Pferdemist. Und nun zu unserem letzten Teil der Kartoffelernte. Das war ein Experiment. Schauen wir einmal, ob der Kompost drin ist. 第一. Der Kompost Untertitelung des ZDF, 2020